Hallo und herzlich willkommen bei Cubiculum in Hilden. Ich lade Sie ein zu einem virtuellen 360-Grad-Rundgang durch unsere Filiale. In den nächsten Minuten möchte ich Ihnen unser Angebot und unsere Auswahl einmal intensiv zeigen. Folgen Sie mir. So, wir befinden uns hier im Eingangsbereich unseres Geschäftes. 15 Mitarbeiter sorgen in drei Filialen täglich dafür, dass viele Kunden zu ihrem guten Schlaf finden. Hier in Hilden arbeiten wir auf 200 Quadratmetern. Hinter mir beginnt unsere Ausstellungsfläche. Hallo, wir befinden uns jetzt hier in unserer Ausstellung mittendrin. Hinter mir unsere Weißwarenabteilung. Wir führen hier verschiedenste Einziehdecken von der waschbaren Synthetikdecke bis hin zur exklusiven Eiderdaunendecke, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. All das finden Sie hier bei uns, wird entsprechend beraten. Vor mir ein Polsterbett mit einer motorischen Verstellungen. Motorische Verstellungen werden immer bekannter und auch immer begehrter. Das gehört mittlerweile zum Lifestyle dazu. Wir haben hier neben Holzbettgestellen an die 20 Liegeflächen mit unterschiedlichsten Matratzenarten vom Taschenfederkern über den Schaum in verschiedensten Festigkeiten in allen Preislagen. Idealerweise sucht man diese Matratze mit einer Computervermessung aus. Und wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen im Anschluss. Ja, hier befinden wir uns jetzt im Herzstück unseres Tun und Handelns. Computervermessung, Schlafberatung, das ist unsere größte Kompetenz. Und wie das funktioniert, möchte ich Ihnen jetzt einmal kurz zeigen. Um mich herum sehen Sie unsere Messmatratzen. Diese Matratzen sind in der Lage, Sie, während Sie auf der Matratze liegen, zu vermessen. Und das Schöne ist, Sie als Kunde können das Ganze live mitverfolgen. Wie das Ganze aussieht, kann ich Ihnen hier kurz auf dem Bildschirm zeigen. Wir haben sogenannte 3D-Druckbilder, die wir im Unterschied speichern können. Wir mitteln hier quasi die für Sie perfekte Festigkeit und Materialart. Im Anschluss haben wir hier noch ein weiteres Gerät, wo wir Ihren Körper 2D-Scannen. Innerhalb von wenigen Sekunden bekommen wir mit dieser modernsten Technik Komplettkörperdaten und sind danach in der Lage, Ihren Körper zu analysieren und auch hier vielleicht schon Probleme oder mögliche Probleme zu erkennen. Wie sieht so eine Schlafberatung aus? Wir benötigen 45 Minuten Ihrer Zeit. Die Beratung ist kostenpflichtig, wird bei Kauf voll verrechnet und Sie sollten vorab einen Termin vereinbaren. Ja, als nächstes zeige ich Ihnen jetzt unsere Boxspring-Abteilung. Wie das ausschaut, schauen wir uns jetzt mal an. Hier sind wir in unserer Boxspring-Abteilung. Hier vorne links, zu meiner linken, sehen Sie ein Messbett, mit dem wir in der Lage sind, auch Boxspringbetten individuell auf Ihren Rücken zuzuschneiden, quasi auszumessen, zu vermessen. Hier rechts sehen Sie, wie solch ein Boxspringbett dann konfiguriert aussehen kann. Auch hier bieten wir wieder motorische Verstellung an. Das ist etwas, was heute sehr gerne von unseren Kunden gewählt wird. Hinter mir sehen Sie unsere Bettwäsche-Abteilung. Hier bieten wir Ihnen immer eine sehr schöne modische Auswahl an vielen Bettwäschedessens. Ja, und wenn Ihnen dieser virtuelle Rundgang jetzt hier Spaß gemacht hat, dann freue ich mich schon jetzt besonders, Sie demnächst in unserer Filiale in Hilden auf der Schulstraße 9 begrüßen zu dürfen. Bis bald!